Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, wir spielen heute einen wirklich richtig, richtig doll coolen TNT-Simulator. Das wird so nice. Wir können richtig, richtig viele Blöcke mit dem TNT wegschnetzeln. Und umso mehr Blöcke wir wegschnetzeln, umso mehr Geld bekommen wir. Und von dem Geld können wir uns noch besseres TNT holen. Das wird so cool. Oh, ich bin so doll gespannt. Ich will das größte TNT haben der ganzen Welt. Oh, schau mal Katja, das hier ist auf jeden Fall der TNT-Simulator. Und wir haben hier drei verschiedene Level. Das ist das erste Level, dann ist das hier das zweite Level und das hier ist das dritte Level. Und ich habe gerade 100 Coins und für 5000 Coins können wir uns das zweite Level freischalten. Und für 75.000 Coins können wir uns das dritte Level freischalten. Oh, das ist so cool. Und Moment mal, wenn wir insgesamt eine Million Coins haben, dann bekommen wir die Krone und haben gewonnen. Oh, sehr nice. Und schau mal Katja, hier können wir uns die verschiedenen TNT-Sorten kaufen. Und umso mehr Geld wir haben, umso mehr TNT können wir uns freischalten. Das wird so cool. Okay, dann hole ich mir das allererste TNT. Das kostet 100 Coins. Und dann würde ich sagen, ich gehe ins erste Level und schnetzel mit dem TNT wirklich richtig toll viele Blöcke weg. Und umso mehr Blöcke ich wegschnetzel, umso mehr Geld bekomme ich. Und oh, oh, das TNT wird gezündet. Und hier wird alles weggeschnetzelt. Oh, sehr cool. Und Moment mal, die Blöcke, die hier, naja, weggeschnetzelt wurden, die kann ich aufsammeln. Und dafür bekomme ich Coins. Okay, dann würde ich sagen, ich setze hier ganz viel TNT hin. Und hier wird alles weggeschnetzelt. Oh, sehr gut. Bei mir auch. Das TNT ist richtig doll süß. Oh ja, und vor allen Dingen, das hier ist das allererste TNT. Das macht doch richtig doll wenig Damage. Aber umso mehr Geld wir haben, umso mehr TNT können wir uns auch kaufen. Das wird sehr nice. Okay, dann muss ich hier natürlich auch alles aufsammeln. So und so und so. Und ich habe schon 172 gehält. Sehr cool. Dann würde ich sagen, ich platziere hier überall TNT. Und hier auch. Da wird richtig doll viel weggeschnetzelt. Sehr cool. Oh, warte mal. Ich will auch mehr weggeschnetzeln. Mehr TNT. Ah, sehr gut Katja. Okay, warte mal. Hier wird alles schön aufgesammelt. Das wird auch aufgesammelt. Ich habe gleich schon 500 Coins. Tatsächlich. Jetzt habe ich gleich schon 600 Coins. Oh, sehr nice. Dann sammle ich hier alles auf. Das wird auch aufgesammelt. Und da oben liegen auch noch ein paar Blöcke. Sehr cool. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall 739 Coins. Und ich würde sagen, als aller allererstes hole ich mir ein bisschen was zum Essen. So und so und so. Ein bisschen was zum Essen. Und ich würde sagen, ich hole mir mein allererstes süßes Haustier. Und das erste Haustier kostet 500 Coins. Und ich habe erst 489. Ach man, okay. So, hier wird überall TNT platziert. Hier auch. Und hier wird auch überall TNT platziert. So und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zack, und zack. Oh, sehr nice. Und ich kann hier die ganzen Blöcke aufsammeln. Und Katja, weißt du was? Was denn? Ich habe jetzt insgesamt schon 900 Coins. Davon würde ich sagen, hole ich mir das erste Tierchen. Und dann hole ich mir schon das nächste TNT insgesamt. Oh, so nice. Oh ja. Und Katja, wie viele Coins hast du denn schon? Ich habe erst 130. Oh nein, du musst richtig doll viel wegschnetzen mit deinem TNT. Und Moment mal. Ich habe einen kleinen süßen Roboter bekommen. Oh, wie süß. Der hilft dir dann bestimmt, oder? Durch den Roboter habe ich einen kleinen Magnet bekommen. Und wenn ich den Magnet aktiviere, dann werden die Items automatisch zu mir hingezogen. Das ist cool. Okay, wie viel kostet das nächste TNT? Das kostet 1000 und... Das ist das Stein TNT. Das ist ja cool. Okay. Für 1000 Coins kann ich mir das Stein TNT holen. Und das Stein TNT ist wirklich richtig doll stark. Okay. Dann mache ich auf jeden Fall mein Magnet an. Und die ganzen Items fliegen zu mir. Okay. Dann kann ich hier auf jeden Fall alles wegsprengen. Und hier bitte alles wegsprengen. Und hier wird auch alles weggesprengt. So und so. Und die Items fliegen mir hinterher. Oh, wie cool ist das denn? Dann platziere ich hier ganz viel TNT. So und so. Und hier wird auch noch ein bisschen TNT platziert. Und zack. Und hier oben auch, bitte schön. Und hier auch. Oh, sehr nice. So süß. Jetzt kann ich einfach hier entlang laufen. Und die ganzen Items fliegen zu mir. Sehr cool. Und Moment mal. Ich habe schon 1500 Geld. Das bedeutet, ich kann mir das neue TNT holen. Oh, nice. Ich habe jetzt auch schon 900 Geld. Sehr gut, Kater. Du brauchst noch 100 Geld. Oder kannst du auch das neue TNT holen? Und das neue TNT ist das Stein TNT. Und bitte holen. Sehr cool. Oh, wie süß. Okay, warte mal. Dann brauche ich jetzt noch 100. Und zack. Jetzt habe ich auch alles. Oh, sehr gut, Kater. Und Moment mal. Ich bin richtig doll gespannt, was das Stein TNT macht. Moment mal. Und. Oh, das schnetzelt wirklich richtig doll viel gleichzeitig weg. Oh, das ist viel, viel, viel doll stärker. Okay. Das wird hier mal platziert. Und Moment mal. Das wird hier oben auch platziert. Und zack. Und zack. Hier wurde ja schon wirklich richtig doll viel weggeschnetzelt. Hier kommt auch überall TNT hin. Und hier auch. Bitte alles wegschnetzeln. Und sehr gut, tatsächlich. Okay, ich habe hier wieder alles resettet. Und ich würde sagen, ich laufe hier einfach geradeaus durch. Und setze das ganze TNT hier hin. So und so. Bitte hier alles wegschnetzeln. Oh, das klappt richtig doll gut. Jetzt kann ich hier die ganze Blöcke aufsammeln. So, bitte alle Blöcke zu mir. Und ich habe gleich 4000 Coins, um mir das neue Level zu holen. Dann laufe ich auch hier durch. So und so. Hier bitte durchlaufen. So, zack, zack, zack. Ganz den Stein TNT platzieren. Und zack. Und es wird hier auch wieder alles weggeschnetzelt. Sehr gut. Dann kann ich hier wieder alles aufsammeln. Dann wird hier alles aufgesammelt. Und ganz viele Coins für mich. Und noch mehr Coins. Sehr nice. Und Moment mal, Katja. Ich habe jetzt insgesamt schon 5400 Geld. Und das bedeutet, ich kann mir das neue Level freischalten. Oh, wie cool ist das denn aber? Ich brauche erstmal ein bisschen was zum Essen. Ich bin sogar schon richtig da langsam. Ach man, okay. So und so und so. Dann hole ich mir erstmal was zu essen. Bitte was zum Essen insgesamt. Zack, 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 zack. Und zack. Dann habe ich mir ein bisschen was zum Essen genommen. So und so. Das wird alles gegessen. Und ich würde sagen, ich hole mir das nächste Level. Und zack. Jetzt habe ich hier das lila Level freigeschaltet. Oh, sehr cool. Und Moment mal, Katja. Wie viel kostet denn das nächste TNT? Oh, das ist das Warp TNT. Und das kostet 10.000 Geld. Ach man. Okay. Dann gehe ich hier auf jeden Fall ins zweite Level rein. Und spare. Bis ich 10.000 Geld habe. Und mir das neue TNT holen kann. Und Moment mal. Das ist ein Schokoladen Level. Oh, hier sind Zuckerstangen und Schokoladen. Oh, das ist ja so cool. Und Moment mal. Hier kann man hier wirklich richtig doll viel wegschnetzeln. Das ist nice. Moment mal. Hier wird alles weggeschnetzelt. Bitteschön. Und hier bekommt man wirklich so doll viele Blöcke raus. Das macht richtig doll viel Spaß. Moment mal. Ich muss immer weggeschnetzeln. Und jetzt bekomme ich die ganzen Blöcke. Bitteschön. Und hier wird auch alles weggeschnetzelt. Die Zuckerstange wird auch weggeschnetzelt. Und dann kriege ich so doll viele Blöcke. Und richtig doll viele Coins. Sehr nice. Hier wird alles weggeschnetzelt. Und das ist richtig doll laut. Ich höre gar nichts mehr. Und Moment mal, Katja. Hier wird hier einfach alles weggeschnetzelt. Und ich habe 10.000 Coins. Ah, sehr nice. Ich kann mir das neue Warp TNT kaufen. Und ich bin richtig doll gespannt, was das TNT machen kann. Okay. Als aller allererstes resette ich hier mal das Level. Oh, bitte resetten. Dann kann ich gleich alles wieder wegschnetzeln. Und ich würde sagen, ich hole mir jetzt das neue TNT. Das Warp TNT. Und zack, bitte kaufen. Sehr cool. Okay, Moment mal. Dann setze ich das TNT ganz genau hier hin. Und ich bin richtig doll gespannt. Moment mal. Und. Oh, wie cool ist das denn? Wenn das TNT explodiert, spawnen einfach noch zwei weitere TNTs. Das ist ja nice. Moment mal. Das heißt, ich kann hier richtig doll viel TNT hin platzieren. So und so. Und hier spawnen so viel TNT. Und es wird einfach alles weggeschnetzelt. Das klappt richtig, richtig doll gut. So nice. Oh, das neue TNT gefällt mir wirklich so doll gut. Und Moment mal, Katja. Ich habe 61.000 Coins. Und davon kann ich mir das neue TNT holen. Und das neue TNT ist das Lightning TNT. Das heißt, ich habe einfach einen richtig coolen, naja, Blitz TNT. Oh, so nice. Und ich bin richtig doll gespannt. Und Moment mal. Ich probiere das Blitz TNT aus. Ich bin richtig doll gespannt. Und... Oh, das ist ja richtig doll nice. Moment mal. Das Blitz TNT hat hier einfach alles zerstört. Das ist ja wirklich richtig doll stark. Moment mal. Da kann ich hier eins hinsetzen. Und da kann ich hier auch eins hinsetzen. Und dann wird hier alles zerstört. Und bitte hier auch alles zerstört. Und... So nice tatsächlich. Und jetzt habe ich richtig doll viele Blöcke, die ich einsammeln kann. So cool. Oh, und Moment mal, Katja. Ich habe 76.000 Coins. Und das bedeutet, ich kann mir das dritte Level freischalten. Ah, sehr nice. Und ich bin richtig doll gespannt, was ich hier im dritten Level alles mit meinem richtig doll coolen TNT wegschnetzeln kann. Oh, das dritte Level ist ja so doll cool. Moment mal. Hier ist sogar ein komplettes Häuschen. Das ist nice. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe hier ins Häuschen rein. Und platziere hier meinen Blitz TNT. Und schnell raus, schnell raus, schnell raus. Und... Moment mal. Das komplette Häuschen wurde weggeschnetzelt. Jetzt kann ich meinen Magnet wieder anmachen. Und die ganzen Blöcke werden hier aufgesaugt. Sehr cool. Und Moment mal. Es ist tatsächlich fast das komplette Häuschen kaputt. Und so und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie cool ist das denn? Und Moment mal. Das TNT ist wirklich richtig doll stark. Jetzt kann ich hier wieder alles aufsammeln. Und ich habe schon insgesamt 29.000 Coins. Sehr cool. Und Moment mal. Hier hinten wurde auch richtig viel weggeschnetzelt. So und so. Da kommt hier überall das TNT hin. Hier auch und hier auch. Aha, sehr nice. Und jetzt wird hier auch wieder alles weggeschnetzelt. So cool. Moment mal. Der Baum wurde auch sogar weggeschnetzelt. Dann kann ich hier den kompletten Berg weggeschnetzeln. Und hier das ganze Eis kann ich auch weggeschnetzeln. Und das hier auch insgesamt. So und so und so. Und den Berg hier auch. Und Moment mal, Kater. Das nächste TNT kostet 100.000 Geld. Und ich habe gerade 64.000. Und wie viel Geld hast du? Ich habe 55.000. Aha, sehr gut, Kater. Moment mal. Dann platziere ich hier noch ein bisschen. Na ja, Blitz TNT. Hier kommt auch Blitz TNT hin. Und hier kommt auch ein bisschen was hin. So und so und so. Und dann wird hier gleich alles weggeschnetzelt. Au, sehr nice. Ich kann mir das neue TNT holen. Und ich bin schon wirklich richtig doll gespannt. Ja, was das neue TNT ist. Moment mal. So und so und so. Und bitte das neue TNT. Au, sehr cool. Das ist das Diamantene TNT. Wir hatten gerade das Lightning TNT. Und jetzt haben wir das Diamantene TNT. Und jetzt kann ich das Diamantene TNT ausprobieren. Okay, Moment mal. Ich habe eine richtig doll gute Idee. Ich kletze hier nach oben. So und so. Dann platziere ich hier das Diamantene TNT. Und ich bin richtig doll gespannt, wie viel das kaputt macht. Und Moment mal. Das Diamantene TNT explodiert. Und da spawnen noch mehr Diamantenes TNT raus. Und das explodiert nochmal. Sehr cool tatsächlich. Moment mal. Jetzt mache ich meinen Magnet wieder an. Und zack. Und bitte alles aufsammeln. Okay, dann kann ich hier überall das Diamantene TNT platzieren. Das wird hier auch platziert. So und so. Und bitte alles wegschätzeln. Au, das klappt richtig doll gut. Moment mal. Hier ist ja überall TNT. Das ist ja so doll nice. Au, Moment mal, Kater. Ich habe schon 35.000 Coins. Au, richtig doll nice. Au, ja. Und Moment mal, Kater. Für das allerletzte und allerbeste TNT brauche ich 500.000 Coins. Und ich habe jetzt gerade 457.000. Das heißt, ich platziere noch ein Diamantenes TNT. Und das ganze Haus wird weggeschnetzelt. Au, das klappt richtig doll gut. Au, Moment mal. Bitte alle Blöcke aufsammeln hier. Au, sehr nice. Das wird alles aufgesammelt. Zeit, derzeit, zack, aus. So cool. Dann wird hier noch ein bisschen TNT platziert. Und Moment mal. Ich habe 500.000 Coins. Und ich kann mir das allerdeulbeste TNT holen. Ich bin richtig doll gespannt. Bis jetzt hatten wir das normale TNT. Dann hatten wir das Stein TNT. Das Warp TNT. Das Blitz TNT. Das Diamant TNT. Und jetzt kommt das Regenbogen TNT. Und bitte kaufen. Au, so cool. Und ich bin richtig doll gespannt, was das Regenbogen TNT macht. Das wird sehr nice. Okay, ich habe die Map jetzt hier resettet. Und jetzt platziere ich das Regenbogen TNT mitten im Häuschen. Ich bin richtig doll gespannt. Und jetzt brauche ich eine Million Coins, damit ich die Krone bekomme. Und hier alles geschafft habe. Und bitte Regenbogen TNT. Moment mal. Das macht hier wirklich richtig doll viel Damage. Sehr nice. Jetzt kann ich den Magnet hier wieder aktivieren. Und hier alles aufsammeln. Moment mal. Dann platziere ich hier das Regenbogen TNT. Genau. Hier hin. Und zack. Oh, oh. Das macht richtig doll viel Damage. Und zack. Au, sehr gut. Der komplette Baum wird weggeschnetzelt. Und warte mal. Das Regenbogen TNT macht wirklich so, so viel Damage. Wenn ich eins ganz genau hierhin platziere, dann explodiert es. Und es kommt noch mehr Regenbogen TNT raus. Das fliegt hier nach oben und macht richtig doll viel Damage. Und ich kann die ganzen Blöcke aufsammeln. Sehr cool. Und der Baum wird auch weggeschnetzelt. Bitteschön. Au, das Regenbogen TNT ist so cool. Und alle Blöcke aufsammeln. Und warte mal, Kater. Ich habe schon über eine Million Coins. Oh, wie gut ist das denn? Und Moment mal. Von den ganzen Coins kann ich mir jetzt die Krone kaufen. Und ich habe es geschafft. Sehr nice. Und bitte die Krone kaufen. Und zack. Und ich habe gewonnen, Kater. Au, sehr cool. Der TNT-Simulator hat wirklich richtig doll viel Spaß gemacht. Au, da hast du recht. Das war richtig doll nice. Vor allem, dass es so viel am Ende explodiert. Au, das stimmt. Das war so cool. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch. Und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Musik